Orel oder Astoria. Das sind zwei ganz einfache Hotels. Das eine ist ein Vier-Sterne-Hotel und das andere hat nur zwei Sterne. Das sind nebeneinander. Das sieht man halt aber auch schon dementsprechend. Das ist ein Partyhotel, da kannst du nur zum Feiern hier reingehen. Und zum Essen muss man da bestimmt nach außen gehen.